Setzlinge, Fackeln haben wir glaube ich nicht mehr, soviel ich weiß. Ja, das Einzige, was ich aber noch nicht habe, das ist das Mausklicken, das habe ich noch nicht rausgekriegt. Aber ich sag ja, ähm, man nähren draus. Haben wir eigentlich noch... Haben wir irgendwie nicht mehr, okay. Dann setze ich erstmal die eine Fackel. Eine ist besser als gar keiner. So. So. Dann haben wir nämlich noch ein paar Bäume. Und das passt dann. Ich setze mal... Guck mal, der ist wieder aufgeladen. Also nahen die sich doch irgendwie auf. Ich hab keine Ahnung, I don't know. Ich bin da echt raus. Ich weiß es nicht. Äh, gut. Ich wollte... Das kann ich eigentlich auch schon mal machen. Ja. schon mal bauen, oder? So, und dann vielleicht... Ähm... Ich hatte zwei Spitzhacken. Das heißt, wir können noch mal ein bisschen weiter nach oben graben. Ich hab ein bisschen Stein. Das Buch... Äh... Lass ich mal nie, ob es so ist. Der kriegt keine Energie, ne? Ne, leider nicht. Schade. Energie... Da sind, glaub ich, Kabels... Kabels nähern... Erz... Erz... Steinbruchsteuerung. Stufe eins. Was ist das? Kann ich das aufbauen? Kann mir das etwas... Ich guck mal. Das macht zumindest viel Licht, muss ich sagen. Wenn ich das mal wirklich andeuten darf. Aber es braucht Energie. Alles klar. Aber es macht viel Licht. Aber es bringt mir nichts. So. Ich guck grad so ein bisschen, was hier was ist. Aber... Hilft mir mir auch nicht weiter. Und deswegen geh ich jetzt wieder nach oben und werde mal noch weiter buddeln. Oh Gott. Und so. Papp. Papp. So. Ich mach das mal eben. Scheiße. Äh, was? Ich hab nix gesagt. Ich hab mich nur verbaut. Ich will gar nicht wissen, was ist mit... Sag mal, was baue ich hier eigentlich? Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich versuche irgendwie was zu machen und es funktioniert nicht so. Wirklich. Ja. Das ist im Sinne von bauen. Treppen bauen. Haben wir es? Naja, wir sind schon mal gut. Ich sollte aufpassen. Wirklich jetzt. Langsam ist das... Ähm. Das ist langsam nicht mehr witzig. Nee. Das ist langsam nicht mehr witzig. So. Das geht langsam besser. Ich glaub, jetzt funktioniert's. So. Schön fackeln setzen, dass wir hier auch keine Monsters haben. Ach stimmt, wir können ja gar nicht weitermachen. Wir sind ja fackeln, da war ja was. Na gut. Ich korrigiere. Wir müssen doch noch warten. Ich muss erst noch ein paar Bäume fällen. So. Aber hey. Wir haben schon mal Treppen. Jetzt können wir uns den Kopf stoßen. Duf. Ach, ich hätte den Bohrer mitnehmen sollen. Fällt mir grad ein. Hätte ich mir nicht den Kopf gestoßen. Oder mit einem Schwende nicht, wenn man nach oben guckt. Na gut. Savanne? Sind wir in der Savanne? Okay. So, und ich komme mich jetzt mal eben doch nochmal um die Wand zu fallen. Aber irgendwie läuft die gar nicht. Die will und will nicht laufen. Da ist auch nichts drin, ne? Das ist... Da will ich nichts. Ich werde die weiter da reinsetzen. Also von wein könnte man denken, da ist was, ne? Für das einfach nur Stein ist. Das ist schon gruselig. Gut, dann nehme ich den Bohrer mit und den Flax mit. Den Bohrer und den Flax. Achso, vorher sollte ich... Mir ein bisschen Holz. Oh, Holz holen. Seht euch diese prachtvollen Bäume an. Ja. Da habe ich einen. Ich glaube, ich brauche nur einen, aber ich nehme beide mit. Besser ist. Ist das ein Unterschied, ob ich jetzt oder das danach mache? Tatsächlich nicht. Okay, mache ich's. Oh, okay. Gut, gut. Das macht Sinn. Also damit kriegen wir mehr als, wenn wir es so abbauen. Gut. Ich brauche jetzt ein bisschen Kohle. Den rein und den rein. Den, 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 den. Und ich brauche wieder ein bisschen Holz. Weil ich brauche Stöcker. Ich mache gleich zwei, äh, acht. Ja, es reicht schon. Der macht mir jetzt noch den Rest. Den kann ich ja eigentlich frohen Mutters nochmal reinmachen. Gut, dann wollen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Es kann auch sein, dass das, ja, die Decke könnte zu hoch sein. Ah, klar. Ja, das macht schon Sinn. Wir können ja umstellen, ne? So, dann gehen wir noch ein Tieferein. Er baut mir ja drei, siehste. Ach, herrlich. So, jetzt aber einmal so. Ach, herrlich. Ich finde den Bruder toll. Bin ich ohne? Ohne Scheu. Ach, jetzt mache ich das auch noch. Ich bin ja doof. Ähm, ja. Der zu spät. Okay. Obwohl das, glaube ich, eigentlich egal ist, oder? Ähm, ich mache die bis hierhin. Gut. Nochmal neu, nochmal neu. Nochmal neu. Okay. So. Dann machen wir das alles nochmal neu. In der Hoffnung, dass das jetzt funktioniert. Die spawnen ja bei der Blockhöhe. Äh. Bin ich einmal gespannt, ob das diesmal funktioniert. Okay. So. So. Jetzt ist es komplett duster, duster. Ich brauche mal eben den Bruder. So. Und dann natürlich wieder auf einen runter. Ups, das war zu weit. So. Da. Ist da was gespawnt? Achso, nee. Ich wollte gerade sagen, das sind bar, weil da was lag, oder wie? Tatsächlich nicht. Okay. Er zeigt mir Items an, die ich liegen gelassen habe. Finde ich auch gut. Das finde ich auch gut. So. Das kommt alles weg. Das machen wir jetzt dicht. Weil das nochmal von vorne weggemacht wird, irgendwie. Also, ich hoffe, dass ich das diesmal hinkriege. So. Ich will mal wissen, was passiert, wenn er näher ist. Also, ich denke mal, der wird da nicht mehr gehen. Aber, hey. Man kann's ja gucken. 3K. Oh, das war zu viel. Okay, er hat irgendwas gemacht. Ich bin verwirrt. Hat der denn jetzt noch was? 1,20. Gut. Dann mach ich das. Ah, jetzt ist er. Jetzt ist er näher. Oder kaputt. Baut mit Hilfe von Nutzdaun. Nahrung 0. Schade. Da steht nicht dran, wie man den irgendwie aufladen kann. Gut. Dann spare ich mir den einen auf. Und werde das dann mal eben so machen. So, die Einzelbereiche. So, und in der Hoffnung, dass es jetzt klappt. Baue ich mir jetzt hier das hin. Oder ich muss mir mal ein Video angucken, wie man so eine Monsterfalle baut. Weil Monsterfallen habe ich echt keine Ahnung von. Da bin ich wirklich raus. Heuspe, reuspe. So. Dass die wirklich nur... So gehen. Weil dann können sie... Dann mach ich hier die Fallen hin. So. Müsste klappen. So. Oh. Ja, so mach ich die Fallen hin. Ja, auf jeden Fall tun die weh. Ne? Man muss es ja mal austesten. So. Jetzt ist die Frage... Also... Müsste das nicht auch so funktionieren? So, das schnieße ich. Und dann mach ich mir hier unten einfach... Das hin. Und dann komm ich da eigentlich sehr gut ran, oder? Mach ich hier nochmal. Und hier nochmal. Ja, guck mal. Hier komm ich dann gut ran. Dann kann ich hier die Sachen einsammeln. So. So. So, setzt hier so die Falle hin. Denk hab ich hier noch ein bisschen nicht, denn... Ich wollt grad sagen. Das sah auf der Karte sehr merkwürdig aus. So. Das klappt. Und dann... Okay. Mach ich hier so Löcher rein, dass wenn da was spawnt... Dass sie mich hier sehen. Also ich hoffe, dass sie mich hier sehen. Und dann laufen sie da längs. Also na. So, so, so. Kuckuck, kuckuck. Hallo, hier bin ich. Kommt mal her. Tapp, 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 tapp. Tapp, tapp, tapp. Und dann da rein und duft, duft. Kaputt. Tot. Wie auch immer. Das wird nie im Leben funktionieren. Ich weiß es jetzt schon. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Sagt man ja immer so schön. Oh, fünf Stück hab ich rausgekriegt. Das ist sehr gut. Ich weiß nur nicht, in welchen Abständen die spawnen. Das wird mich ja interessieren. Und dieses komische Teil interessiert mich ja auch irgendwie. Spawner Changer. Ich glaube, das war von draußen. Ich glaube, ihr habt jetzt kein Pfeifen gehört, ne? Weil ich hab gedacht, ich hätte Pfeifen... Das war bestimmt ein Zug bei uns. Das hört ihr ja nicht. Das hört sich sehr seltsam angehört. Und... Silver Iron Piece hab ich. Silver Oreo Piece hab ich. Ah, da... Ah, okay. Ich bin irgendwie neungierig. gesagt stolz. So... Bis zum nächsten Mal.